Ganz kurz, ganz schnell. Also ich habe jetzt den Chaos Computer Club Wien gut auf. Wir machen in Wien zusammen, weil es vorhin Erwachsenenbildung war. Servus. Eine Kooperation mit der VHS im 8. Bezirk, wo wir ein Nerd Café machen, wo wir verschiedene Themen wie Datenschutz, Netzpolitik oder Hands-on-Privacy-Einstellungen mit den Bürgerinnen und Bürgern machen, die da kommen. Das ist kostenlos, wird sicher sehr lustig. Das Zweite ist, am 29. September gibt es in Wien die Meta Day, wo wir dann die ein paar anderen Leute auch noch einladen wollen für einen späteren Termin. Im Zuge der Wahl, die da jetzt auf uns zukommt, haben wir die Sonja Ablinger aus Linz, das diesmal stimmt Linz, eingeladen, damit sie uns erzählt ist eine ehemalige Nationalratsabgeordnete und da haben wir so eine Q&A Session mit, was macht so ein Nationalratsabgeordneter eigentlich den ganzen Tag. Da freue ich mich schon sehr drauf, wenn ihr Zeit habt, kommt es vorbei, das wird sicher super spannend. Und das Dritte, jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Die Privatsphäre ist ein Menschenrecht und dennoch wird es immer schwieriger, diese Privatsphäre zu schützen, denn absichtlich wie unabsichtlich hinterlassen wir laufend digitale Spuren. Immer neue technologische Erwissenschaften werden auch dazu verwendet, um immer mehr und immer genauere Daten über uns zu sammeln. Diese digitalen Fußabdrücke können uns helfen, Neues zu entdecken und werden selbst um unsere Umwelt besser zu verstehen. Sie haben Auswirkungen auf unseren Alltag, unsere Gesundheit, das Zusammenleben und das soziale Gefüge. Aber sie geben auch als Entscheidungsgrundlage darüber, ob wir einen Job, eine Ausbildung oder einen Kredit bekommen oder nicht. Und die über uns gespeicherten Daten haben selbst für unser Ableben hinaus Auswirkungen auf kommende Generationen. Die Privacy Week sucht und liefert Antworten auf die Fragen, die für uns als Individuen und unsere Gesellschaft immer wichtiger werden. Eine außergewöhnliche Konferenz- und Workshopwoche in Wien, für alle, denen die eigene Privatsphäre wichtig ist. Das war also der letzte Plag, sprich unsere Privacy Week, letzte Oktoberwoche. Vorbeikommen, wir haben ganz, ganz viele spannende Themen und ganz, ganz super Vorträge, Vortragende. Mit allen Themen, also von Schule über Fitbit, über alles Mögliche. Wir haben einen Pädagoginnen-Tag, wir haben einen Medientag für Medienschaffende, wir haben einen Technikertag und wir haben ganz, ganz viele allgemeine Vorträge. Wir haben Lötworkshops für Kinder, wir haben Medienkompetenzworkshops für Schulklassen. Also ein unglaublich arges Programm. Wir haben über 100, über 100 Vortragende. Es ist ein Wahnsinn. Und wir würden uns freuen, wenn die eine oder die eine oder die andere vielleicht vorbeischaut und sich das gibt. Das ist wirklich super spannend. Das war's schon. Danke. In Wien, im 8. Bezirk, in der, nicht Volkshochschule, nein, im Volkskundemuseum, so wie letztes Jahr. Super, super schöne Location. Macht Spaß. So, danke. Einen wunderschönen Abend. Einen wunderschönen Abend.